Hallo und da sind wir wieder hier in Singleplayer Let's Play. Weiter geht's mit unseren schönen weißen Raum, den wir uns angefertigt haben hier. Oder ich, offline schon. Ihr seht, er ist ziemlich weiß geworden. Also wie ihr ihn haben wollt, er ist in einem ziemlich weißen Raum. So wollte ich das haben. So, hier draußen habe ich unser Forum auch schon gemacht. Hier sind ein paar graue Stellen, die wir jetzt noch ausbessern werden. Also wenn wir ja hier diesen Sprüh-Schaum haben oder was das sei soll, Sprühbeton, entstehen ja überall diese, ja, grauen Blöcke. Und dazu gibt es dann auch hier in der Kiste einen Painter, den man ziemlich einfach craftet, hier einfach Wolle und Eisen, bekommt man einen Painter. Und den kann man mit Farben bestücken, also zum Beispiel, Bohnenmehl ist weiß. Wenn man den rein, auf, dann bekommt man einen Painter, wo unten Bohnenmehl steht, also Bohnenmehl weiß eigentlich. So, da kann man immer nur eins rein tun, ist schade irgendwie. Aber den kann man hier einfach richtig drauf machen und dann ist das weiß. Dasselbe kann man mit großem Rot machen und so weiter, wie man will. So, und schon haben wir alles weiß. Da habe ich noch ein paar Lampen hingetan, die wir noch hatten, unten von unserem Bahnhof. Die müssen wir eigentlich auch mal fertig bauen. Auch schon ewig nichts mehr machen. Ja, heute leider ohne Facecam, bin ich so ganz motiviert drauf. Deswegen heute lieber mal ohne. Wir klauen uns gleich mal die Charcoal raus. Da bauen wir jetzt keinen Strom, aber wir bauen die Charcoal für unseren Zug, damit der auch hier schön fährt. Ja, wir machen hier weiter. Ja, hier kommt so ein Vorraum. Da muss ich aber noch ein Motto installieren. Habe ich noch nicht drauf, wollte ich nicht, war zu faul dazu. Deswegen bleibt der Feuerraum erst leer. Und hier können wir uns ein bisschen ausdoben. Ich habe festgestellt, dass wir für den Mod eigentlich nicht so viel Platz brauchen. Deswegen können wir dann später hier noch was anderes hier reinbauen. Wir werden uns hier mal in die Ecke verkriechen hier. Ein bisschen so. Hier kommt dann noch ein bisschen kleines Lager hin in diesem Bereich hier. Gut, ja, der Mod heißt Minecam 2 habe ich drauf getan. Es gibt auch eine 3er Version, glaube ich. Ich habe die 2er drauf getan, weil die ist heute relativ stabil laufen. Habe ich gelesen. Ich habe damit eigentlich noch nichts gemacht. Ich kenne den Mod nicht wirklich. Ich habe nur kurz ein paar Videos angeschaut. Aber ich dachte, das ist ziemlich interessant. So viel verschiedene Items und Farben und Buttons. Wer lebt nicht bunt? Äh, ja. Mikroskop-Linse. Okay, wir schauen mal einmal. Wir brauchen hier ein paar Geräte. Zwei ist das die 40.1. Da haben wir sie besser. Das sind drei Geräte. Einmal dieses Mikroskop. Einmal diesen... Chemical... Dekompressor oder sowas. Dekomposer. Kepressor oder was soll das sein? Dekomposer. Keine Ahnung. Dekompressor oder sowas. Keine Ahnung. Synthetische Maschine. Blooprint Projektor. Ne, wir brauchen auf alle Fälle mal hier das Mikroskop. Diesen Dekompressor oder was das sein soll. Und dieser hier. Fangen wir gleich mal an. Ah, so da ist. Da ist die Linse. Was war das? Ja, die drei brauchen wir auf alle Fälle. Ohne denen geht es mal gar nichts in der Mod. Der Mod braucht auch, ich glaube, keine zusätzlichen Rohstoffe oder so irgendwas. Hat er, ich glaube nicht. So viel ich weiß. Was? Ich hoffe es mal, weil ich möchte es nicht wieder in den Müßquest-Welt machen. Nur das wegen den Mortier. So, einmal H und einmal... Was war das? Was? Ah, so stehen. Glas. Einmal was. So. Da waren wir uns gleich mal. Zehn Stück. Keine Ahnung, wie wir wirklich brauchen. Und einmal was. So irgendwie, oder? Na, dann umgekehrt, also. Äh, jetzt kenne ich mir gar nichts mehr aus. Also so. Genau, da wollen wir auch gleich mal... Ich weiß echt nicht wie viel wir da brauchen. Zehn Stück. Wenn wir zu viel mal ist, auch egal. Da wir es halt ja freut sich natürlich immer, na. Um unten. Und dann, damit wir das so. Um unten. Einmal das. Dann brauchen wir hier wahrscheinlich den gleichen Kack. Nee, da brauchen wir was anderes. Das hier, da brauchen wir noch etwas. So auch der gleiche Kack wie da unten, glaube ich, oder? Ja. Ja. Also jede Menge Pisten werden. Wir brauchen, okay, dann war es doch nicht so viele von diesen Glastinger da. Ich schau mal kurz, was kann man daraus nochmal eventuell. Mikroskoplinse und Projektorlinse. Projektor, also das ist für die, ne? Hm. Okay, eigentlich brauchen wir das eh nicht mehr gemerkt. Vielleicht die heute Recycler schmeißen. Hat der kein Wert, also. So passt. Also hier ein Glas, dann war Iron, na. Na komm. Das schreiben ist auch schon schwer hier. So. Und der war hier, oder? Genau. Mikroskop. Speziell haben wir das schon mal hinter uns. Wie schon mal, der wichtigste Bestandteil, dann brauchen wir noch das hier. Ja, das ist Pistenblock of Iron. Das gibt es irgendwie ja. Zwei Stück. Da brauchen wir jede Menge Pisten. Ich hoffe, da haben wir ein Rezept. Ja, Hammer. Da sind 36, 8, 16 Stück. 16, Mama. 20. Komm, Mama. So. Tu noch ein, tu. Zwei mal haben wir das. Was brauchen wir denn noch? Retzt tot und. Retzt tot. Und wieder Eisen, also auch relativ viel Eisen braucht man hier. Und wieder Eisen, also auch relativ viel Eisen braucht man hier. Nicht so ohne. Ohhhh. Da war der hier unten und der so glaube ich. Genau. Der Dekomposer. Und dann brauchen wir noch diesen hier. Ein Diamanter Stadt Redstone. Okay, hätte ich wissen müssen. Ne, habe ich nicht. Also, ja, so billig ist es nicht. Der Mandan haben wir hier nur noch 30. Da müssen wir mal zum Bahnhof runter gehen und schauen. Da haben wir jetzt verarschen. Der hier. Also, oben Retzt. Und okay, das habe ich was sehen. Also, doch ein Retzt. Und kommen wir auch. So. Aber jetzt auch mal. Die Maschine schon relativ lustig aus. Wenn man es so in der Hand hält, sieht man schon ziemlich, ja. hier ein Mikroskop. Schaut ziemlich wie das Mikroskop auch aus. Dann gehen wir mal hin und platzieren die Nacht. Mammertag. Gehen wir doch mal schlafen, bevor wir uns das zur Brust nehmen. hier. Der Mod hat es eigentlich in sich. Ich habe mir doch ein paar Videos angeschaut. Also, ziemlich interessante Sache. Da kann man das ganze Periodensystem, was es gibt. Sollte ja jeder Kenner von der Schule her. Einen für die, die was nicht der Schule waren. Guck, der ist einfach mal. Ich würde ja aber irgendwo drauf stellen. Das wäre ja cool, wenn man irgendwo. Und was denn das? Ah, so ein Block. An die Chef werden wir dann später auch noch brauchen. Was die da macht, werde ich euch dann später erklären. Ja, da kann man halt radioaktives Zeug drin lagern. Es gibt auch radioaktives Zeug, das dann sich in Luft auflöst und so weiter. Weil ich will jetzt irgendwie einen Block haben, wo ich die draufstellen kann. Also die Geräte, die kann man ja irgendwo draufstellen. Ich glaube, wir machen einfach Konstruktionsform und Sand. Und machen uns da schön. So machen wir das ein bisschen. Also auch schöner weißes Regal oder man es nennen sollte. Also hier ist so eine schöne Drecke. Wenn man da jetzt eben mit Sand draufkommt, bekommt man das Graue. Könnte man auch eigentlich Graue auch lassen. Schaut gar nicht so schlecht aus. Wir fangen an mit einem Mikroskop. Das kommt an erster Stelle hier. Da kann man schon reinschauen. Das ist ein bisschen hoch. Aber egal. Jetzt weiß ich nicht, welche wir eher brauchen. Egal. Da machen wir ja eins frei. Eins frei habe ich gesagt. Ich hoffe, hier kann man es abbauen. Ja. Eins platzt die hier. Und dann hier in der Ecke kommt der hin. Das ist so ein bisschen. Ja. Ihr versteht schon, wie ich meine. Wobei der gefällt mir hier gar nicht. Der muss eins weiter rechts. So. Hier kommt noch so eine Form hin. Mit Sand drauf geklatscht. Dann ist sie hart. Hat man so ein bisschen Arbeitstisch. Und ihr seht, hier schaut er schon ein bisschen. Ja. Wagemutti aus. Da kommen wir gleich dazu. Ich muss noch vorher schauen. Ich brauche da noch das komische Buch. Da gibt es noch ein so ein, wie sagt man, Forschungsbuch. Eigentlich ist es nichts anderes als wie das Periodensystem, was da drin enthalten ist. Man muss hier auch forschen. Also wenn einige die Formcraft kennen, wird ja das zum Teil bekannt vorkommen, wie das funktioniert mit dem Mod. Da das brauche ich. Jamix. Journal. Eine Tube. Okay. Ja, Types, weil wir jede Menge brauchen. Buch brauchen wir auch dazu. Äh, wo bin ich jetzt? Bin ich ganz da. Das heißt, wir brauchen wieder Glas. So. Da können wir uns gleich mal ein paar Stack machen. Auf Glas haben wir genug, ja. Also die werden wir sicher ein Massen brauchen. Und wir brauchen ein Buch. Sowas besitzen wir natürlich nicht, weil ich glaube, das haben wir oben in einer separaten Kiste hier hinten irgendwo mal reingeschmissen. Genau. Hier sind Bücher. Also so und so. Erhalt wird dieses Chemist Journal, also das Chemiebuch. Wenn wir das aufschlagen, sehen wir hier, ein Text interessiert kein Mensch. Und hier sehen wir gar nichts. Es ist ein leeres Buch. Wir müssen erst forschen. Ich bin gerade aufgefahren eigentlich bei jedem Mod, wo man irgendwie forschen muss. Da gibt es ja mehrere Mods, hat man eigentlich immer ein Buch, wo dann alle Rezepte reinkommen. Wir beginnen einfach mal. Streck geradeaus. Hier ein Mikroskop kann man sagen untersuchen. Was da sind sie? So habe ich jetzt keine Ahnung. Blablabla. Ah ja, okay. Der braucht Bildkraftenergie. Der auch. Okay, okay. Natürlich dumm. Der braucht hoffentlich keine Energie. Das ist also ein Mikroskop. Damit kann man items durchleuchten. Man tut hier das Buch ein und sagt zum Beispiel, ich will mal. Stein durchleuchten. So, siehe da. Stein. Besteht eben hier aus Silikon und Oxygen. Die zwei bekommt man auch Stein raus. Und kostet 50 Megajoule. Wenn man das Buch jetzt rausnimmt und hier mit Rechtsklick öffnet. Siehe da, wir haben Stein erforscht. Hier sieht man Dekomposer. Das heißt, was würde man aus Stein rausbekommen. Also wir haben eine 20%ige Chance, dass wir das rauskommen. Also Eisen, Magnesium, Oxygen oder so. Also kann man mehr rausbekommen. Titanium. Und wie man es herstellt. Kann man weiterblättern? Ne. Herstellen tut man es aus Silikon und Oxygen. In Synthesizer. In Synth... Wer ist das? Synthesizer. Also das ist dann die Computer in Synthesizer. Wenn man das so anordnet. Die zwei hier drin anordnet. Und natürlich auch das Buch dazu. Hier sieht man eh schon das Rezept. Komm mal Stein raus. Wir haben natürlich die zwei Komponenten nicht. Die müsste man auch reinnehmen. Wir haben auch keine Bauer hier. Also schon ein etwas interessanter Mod. Das heißt, wir brauchen hier erstmal einen Bauer. Wo will man die her? Das ist echt kacke jetzt. Sorry, dass ich sage, aber das ist Scheiße hier. Weil das ist mein Plan. Das heißt, wir müssen hier die Blöcke wegschlagen. Dann gehen wir da nach unten und hier unten entlang. Bitte Bauer. Weib. Und wir müssen hier hinten in Gohen. Hm. Oder wenn man deshalb kniet, deshalb will ich da nicht haben. Das heißt, wir gehen hier einfach eins nach unten und buddeln uns da ganz nach draußen. So, wir haben ja irgendwo unser schönes Nachtvisiergerät, oder wie man das nennen sollte. So, gucken wir mal nach oben. Wo sind wir hier? noch ein bisschen weiter. Hier mal nach oben gucken. Oh. Ja, fast perfekt, ja. So, hier da. Ich bin schon mal hier bei den Tessarex und da können wir hier hinten gleich abzapfen. Und können hier gleich eine Leitung hinterziehen. Auf alle Fälle brauchen wir hier drin mal Kisten dann. Und Holz und so. Ach, Menno. Aber zuerst schauen wir mal, dass wir die Bauerleitung hier runter bekommen. Das heißt für uns, wir brauchen mal Energy-Konjunktive-Bibes. Haben wir nicht mehr. Aber hier haben wir Leere. Das heißt, wir brauchen noch Red. Stone. Oh, nehmen wir die Energiezelle auch mit. Dann können wir Sand. Nee, der Baum noch das. So, was haben wir hier drin? Nix. Das heißt, Liquid-Transpose haben wir noch was drin. 700. Hm. Haben wir hier irgendwo. Ah, da ist eigentlich Petraspose. Okay. Das heißt, hier kommen wir in die Pipes rein. Zack. Ich schmeiß die gleich so raus nach der Reihe hier. Und mit der Energiezelle können wir das ein bisschen Zwischenpuffern. Das gefällt mir eigentlich eh relativ gut. Ich weiß ja gar nicht, ob die durchgehend Strom bauen. Das schaut hier aus. Wie viel Wasserzellen haben wir noch? 200. Und Chakul habe ich nachproduziert. Haben wir. Ne, Chakul. Chakul. Chakul haben wir hier, ähm, 1930. Okay, das ist nicht zu wenig und auch nicht so viel. Also, so ein Mittelmaß, ne? Weil wir brauchen ja relativ viel. Äh, gut, dann schauen wir mal weiter. Alter, der Raum ist echt hell. Wir gucken mal hier. Hier oben. Raus. Können wir mal schauen, dass wir nicht unbedingt auf der Tesserick connecten. Hier. Äh, zack. Runter. Hallo. So. Na super, das habe ich mir jetzt gedacht, dass das nicht klappen wird. So, Tuch aus, Tuch rein. Äh, so weg da mit euch. Ah, du hier. Na, wirst du so. Schau, dann lass dich mal ist frei. Schon wieder zweimal. Echt vorsichtig ran genannt. Ich sage es so. Dann. Hier, hier unten, da lang, da, da. So, jetzt haben wir die Energie, hoffentlich. Und jetzt bauen wir hier einfach die, ne, die Energiezele von mir unten in der Ecke rein. So. So. Gerade wird befüllt und auch mit Mama 100 Megajoule. Ist halt für die Maschine etwas wenig, aber wir haben hier einen internen Speicher. Das sollte ja genügen. Notfall, ja, müssen wir halt schauen, was wir hier draus machen können. Konstruktive Form. So, hier hingelegt. Ah, das geht leider nicht. Jetzt hier vorne müssen wir mal gucken. Ah, der macht hier Animationen. Coole Sache. Mach dir auch irgendwas? Nö. Aber er hat Energie. Ja, das hat er. Das auf alle Fälle. So, dann wollen wir hier wieder mit Sand dicht. Und hier vorne werden wir halt irgendwelche Cover schauen. Wenn man so was, irgendwas finden, was hier reinpasst. So, dann stellen wir das wieder ab. Und wir schauen mal, zum Beispiel hier können wir, ich glaube hier oder so, mal Gläser rein tun. Und hier können wir zum Beispiel Stein rein tun. Und da macht er uns auch Stein verschiedene Materialien. Also man braucht hier schon ein bisschen was an Magnesium. Rohstoffen, wie man sieht, drei, was hat er jetzt? Keine Bauer, weil ich Trottel vergessen habe hier unten umzuschalten. So, jetzt hat er wieder Bauer. Ah, cool, er macht hier schöne Animationen, wie man sieht. also richtig so, ja, es dreht sich alles und so. Gefällt mir, hier können wir nochmal Sand rein tun. Und so kann man eigentlich Silikon, nirgst, okay. So kann man eigentlich die ganzen Rohstoffe erforschen. Okay, da bekommen wir nur das raus, das will ich auch nicht. Hier ein bisschen, ja, der, da kann man nix raus. Also jetzt, steht, ja, warum ich gesagt habe, wir brauchen von diesen... tubs hier etwas mehr man kann natürlich auch wieder da hier die rente und bekommen natürlich auch wieder andere sachen raus also also wie gesagt da kommt man schon mehr sachen raus kann man das hier rausnehmen also das kann ich sagen nicht mehr rein und kann hier dann zum beispiel auch sie gehen reintun ok das macht gar nicht das können wir noch ein mag auch nicht also man kann halt ja auch schon sachen die man rausbekommt noch mal durch da braucht er hier einfach viermal nochmal durchlassen und so die frage geht es eigentlich steiner ausgabe ich das hier reintun hier es geht nicht oder das wir hatten wir selbst noch nicht so gut aus irgendwie kriegt kommt man die sagen ja auch hier ist buche okay das ist ja egal auf alle Fälle wir sehen ja hier buch was wir brauchen um gewisse items herzustellen das meine Meta aber mehr sich voll los um die Kisten organisieren später haben wir das in Klinik der Rösser zu machen die Scherz sind dass das wieder baut man hat sich stück für damit man klagt wird Diroi vorher stellen wir immer ein Kisten auf oder einfach mal die ganze sabe reinhauen wenn jemand Platz haben die Lund okay zu tippen bis zum schlangen zu den leeren tubes machen am besten hier ein gar nicht aber dass man hier hin so sind wir können aber auch noch da in noch die leeren wir können hier mal weiterforschen wir haben mal hier das reingeht das nicht da findet er nix er findet wahrscheinlich nicht alle materialen als du die klappen oder jetzt zum wird folgendermaßen herrkund und hier umschreit Hauke wie man das und jetzt müsste ich jetzt schon die buchten genau das können wir jetzt auch erstellen ich wollte heißen das haben wir in alles ob sie gehen und das war nur für Steiner mal gesagt Silikon und Oxygen wir haben Silikon und wir haben Oxygen wenn wir die zwei hernehmen mal gucken untereinander angeordnet wollte man die eigentlich hier rein den oben den unten siehe sieben stein dann wir hier ein rein und hier ein rein sowie bei wie heißt das dann wo man die tubes erstellt muss man das natürlich auch machen und dann kann man hier stein rausnehmen sieben stein haben wir rausbekommen und hier haben wir zwei leere tubes rausbekommen könnte man natürlich hier nochmal wieder rein tun zack und bekommen wir natürlich wieder sieben stein raus also es endet schon sehr auch an Equalent Exchange aber man muss hierfür natürlich schon ein wenig mehr machen ich glaube wenn ich hier zum Beispiel Weizen angeklickt habe und das dann hier wieder reinpacke zeigte mir immer das Rezept an was ich hier im Buch angeklickt hatte das ist natürlich auch nicht schlecht sollte man hier noch immer aus Produkte die die rein wieder Ember bräuchte nicht so warum dreht sich da durchgehend also die Animation geht durchgehend anscheinend hat Vor- und Nachteile oder brauchen die durchgehend Energie das kann natürlich auch sein so Prototyos haben das bei nicht mehr das nicht wenn wir mal schauen was kann man gehört Prozent sorry aber haben wir keine Erde mehr und jetzt was können wir noch zum Beispiel Glowstone ist auch interessant kann man sich auch rausholen oder Blabys man haben wir jetzt gekündigt aber es muss ja nicht oder Oakwood Charcoal ich weiß nicht aber Kohle diese Sachen müssen eigentlich alle funktionieren man kann auch Diamanten daraus machen falls ja ein oder andere interessiert so sperren wir das rein also wie bei Formcraft man ja auch die ganzen Items erst einlesen in das Buch sozusagen erforschen dasselbe muss man ja auch alles und das Buch also lapis braucht lapis für Klaus braucht Phosphorus keine Ahnung Phosphor wahrscheinlich Erde Oxygen Silicone das haben wir eh Stein hatten wir schon wenn das Stein rein du okay das zeigt trotzdem noch mal an Schauen wir mal und Blanks mit der Klapp auch kennen geht das Erkenntnis nicht Schauen wir mal rein jetzt hier da jetzt haben wir schon einige Rohstoffe hier drin also die Erkenntnis automatisch und wir können das schon anfangen herstellen oder wir gehen hier und schmeißen wir das rein und schauen wir was rausbekommen irgendwas bekommen wir weiterhin sowas raus also nicht mehr Kohle Carbon bekommen wir da raus also können wir Carbonplatten machen oder was so tubes nachfüllen so also ihr seht da kann man einiges mit dem Mod machen da ist kommt mal ab irgendwas raus mit denen man die dann verschieden kombiniert bekommt man natürlich auch wieder andere Rohstoffe raus also meiner Meinung nach schon eine interessante Sache das ganze da kann man das wieder rein tun und bekommt hier wieder verschiedene Sorten raus Zeltius sollte auch gehen ja also man bekommt immer wieder was Neues raus Schauen wir noch mal haben wir noch ein paar tubes also man braucht wirklich enorm viel tubes also enorm viel glas schätzt hier kommt auch wieder was raus wenn man das rein tut bekommt man auch wieder was ja Silikon okay zweimal testen kann man das auch untersuchen jetzt was geht okay was buchte rein tun da sieht man was man braucht um das raus zu bekommen hm okay also die wo Punkte daneben sind kann man anscheinend untersuchen oh 4 ja klar ja klar verstehe schon weil die ja aus mehreren zusammengesetzt sind zum Beispiel hier na das ist natürlich aus nichts zusammen also Sodium besteht nur aus Na11 aber zum Beispiel hier das besteht aus SO4 also aus verschiedenen oder hier A ALS irgendwas also hier aus Aluminium Silikon und Oxygen besteht das hier aus Carbon Hydrogen und Oxygen also mal auch ein bisschen aufbauen das ist jetzt bei nur Carbon da findet man natürlich keine zusammensetzung hier ist nur Hydrogen auch keine zusammensetzung also schon eine interessante Sache und jetzt haben wir die auch hier drin seht ihr zack ich kann da dann nachschauen was man braucht also wirklich eine feine Sache der Mod ich werde hier offline ein bisschen rumspielen ein bisschen forschen und so mich mal ein bisschen einarbeiten in den Mod damit ich mich auch ein bisschen besser auskennen und mal durchprobieren dann würde ich sagen wir sehen uns wieder in der nächsten Folge wir werden hier wahrscheinlich so ein Abteil machen dass wir hier so da schon wieder zu machen und ein separates Lager dann hier bauen für die ganzen Sachen lagern oder wir lassen hier offen und bauen hier auch noch irgendwas hin was interessantes na mal sehen weil mir hierzu noch einfällt auch die Texturen und die Animation gefällt mir eigentlich ziemlich gut von der Mod das sieht hier schon mit auf ab und zu darauf muss man erst kommen nach in der Schleuder die Kurskopier ohne Kurs gut die sagen dass was schaut gut aus der Mod gefällt mir bis dahin Schau Leute lasst den Daumen hoch da und ein Abo wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss Leute